Hey, da bin ich wieder. Und heute wird es ein bisschen länger. Heute mache ich mal einen Vlog. Ich bin jetzt nicht mit einer Kamera, ich bin jetzt mal mit einem Handy. Und ich zeige euch jetzt mal alles, was hier ist. Das sind meine Bilder, die mein Papa gemalt hat. Hier wohne ich, hier baue ich, das ist jetzt der ganze Wäscher und das ist jetzt nicht so gut. Das ist mein Papa. Mein Bett, aber da muss ich mir immer drauf liegen. Guck mal, guck mal, guck mal, da hat es auch noch mal geguckt. Das ist das weiste Bett, aber es ist noch nicht zu Ende. Es ist noch nicht zu Ende. Okay, wir können weiter gucken. Jeden Tag kommen neue Videos, also nicht verpassen. Nicht verpassen, ja. Okay, und das war es noch nicht mit dem Video, weil ich kann hier nicht immer so kurze Videos drehen. Und ich mache jetzt mal eine. Also bei 50.000 Likes. So, mache ich. Ähm, da mache ich. Wo ist es noch? Warte. Und ich kann dir 50.000 Likes. Piezchen Likes. Tschüss, bis dann. Piu.